Assalamu alaikum Warum bist du so schnell ran gegangen? Hä? Warum bist du so schnell dran gegangen? Ja, ich hab grad gewichst und du hast gestört Achso, sorry, ich wollte nur Danke sagen für Vita-Vaid, ist alles angekommen Ach, sehr schön Und schmeckt's dir? Ich hab bis jetzt nur Hibiscus getrunken Die anderen trinke ich jetzt gleich Aber Hibiscus war geil Ehrliches Feedback, wenn's hier nicht schmeckt Na Furry, ich schwöre auf alles, Hibiscus war übergeil Ja Ich dachte, das schmeckt nach Blumen und Scheiße Wie? Ich dachte, das schmeckt nach Blumen-Scheiße Aber das war übergeil Ja, ich sag's auch Also die kracht richtig Also ist richtig gut geworden Aber ich trinke jetzt so Im Vergleich zur Vita-Vaid Kannst du's nicht vergleichen, weil es halt Äh, ein bisschen mehr Zucker hat Aber trotzdem ein Brett ist, ne? Ja Also es freut mich Und vielen, vielen Dank, Ügo, dass du anrufst Sehr, sehr, sehr lieb, mein Bester, wirklich Kein Problem Aber ich hab dich gestört beim Wichsen Sind unsere Sachen schon angekommen? Was? Sind meine Sachen schon angekommen? Ne, das ist noch nicht angekommen Ok, dann werd ich da auch mal nachfragen, ja? Danke Kein Problem, kein Problem Bruder, ich will mir jetzt noch weiterhin wichsen Und danach geh ich live Ich kann dich danach nochmal anrufen, wenn du Bock hast Ja, mach das Ok Ciao Ok, mach ich Ciao, ciao Die liebe Willi Die liebe Willi Die liebe Willi Die liebe Willi